einen wunderschönen guten tag heute haben wir für sie eine trubend 50 85 das heißt die fünfte serie 85 tonnen presskraft 2 meter 70 abkantlänge wir haben den 68 axente anschlag und den großen hup das 445 mm hup dazu haben wir zwei gesteuerte biegelhilfen die tas 6000 steuerung dann haben wir die pneumatische matrizenverschiebung automatische werkzeugklemmung oben und unten das ist alles sehr sehr ordentlich aus haben wir zwei parkpositionen wir haben die maschine getestet aus unserer sicht wir haben keine mängel die wir erwähnen müssen festgestellt reingang fährt super ohne biegehilfen so dann haben wir hier natürlich auch können wir einmal den hinteranschlag fahren lassen enter und vielleicht z 800 1200 enter und start ja ich wünsche ihnen wenn sie die maschine kaufen viel freude und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal Vielen Dank.